Das sind die Spieler von Schichtlin und im ersten Match seht ihr Feierelf gegen Thomas Zahmert-Welker. Und an Tischrei, Reisovar gegen Serbien, jeweils sitzen mit Lali Samsono, Jeri Schichtli und Viteri Niklilovic gegen die Serbinnen Rado, Jeri Vecic, Aleksandar Karasovic und Scholz. Und im ersten Spiel spielen sich die Spieler von Lali Samsono und Marco Vecic. Unser Blick geht in Nr. 2 für Kroatien. Aleksandar Karasovic und Lali Samsono. Das sind die Spieler für Kroatien. Die Treffen auf die Österreicher. Werder Stacker, Cinaxin und Oka Fjordovic. Da sind also die Österreicher. Im ersten Spiel nehmen sich die Spieler von Aleksandar Karasovic. Stacker! Und meine Damen und Herren, unser Sechner geht zu Tisch 1. Wir können heute auf Tisch immer deine Lebenser. Abdel Karasovic und Christoph Luh. Und ihre Gegner sind die aktierenden Titelvereiniger. Begrüßen Sie mit mir, Christian Süß, Tirol und Christian Süß. Und die beiden Betreuer dieses Spiel sind natürlich für Deutschland. Kreative von Halbzl und der Zelleck. Zum Glück haben wir noch einmal die Kreative von Jürgenheims! Man kann mal die Strecke zum Klack zu schieben. In der Region 1. 2. 3. 4. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 9. 9. 10. 9. 9. 10. 11. 9. 10. 10. 10. 10. Anentscheidens von Zotan Benzig und Marcel Remy.